Sie irren alle, ich war leer, ich war leer, ja, weil finanzielle Freiheit kein Ziel ist, meine lieben Freunde. Ich war da und habe gemerkt, alles das, was mich angetrieben hat zu tun, ist plötzlich nicht mehr da, weil ich das Ziel erreicht habe und ich wusste überhaupt nicht, was ich mit meinem Tag anfangen sollte. Ich war leer, da war eine Lehre. Deswegen setzt euch nie ein finanzielles Ziel alleine. Setzt euch ein sinnvolles Ziel, das könnt ihr mit Zahlen begleiten, aber sonst kommt ihr in eine echte Lehre. War ich stolz? Ja. Habe ich mir auf die Schultern geklopft? Ja. Zwei Jahre vorher hatte ich mir eine S-Klasse gekauft, war fand ich das cool? Ja. Bargeld rausgenommen, den Verkäufer beeindruckt und so weiter, alles, alles gut. Aber das ist eine Form von Stolz, da ist nichts gegen zu haben, aber das hat nichts mit Erfüllung zu tun. Gar nichts. Das wäre dann die Folgefrage, wie war dann verglichen der Moment, als Sie dann den Lebenssinn gefunden haben mit dem Moment? Nach Hause kommen habe ich geweint und war glücklich. Also das Eindruck, ich war einfach mit mir versöhnt, ich habe mich zum ersten Mal kennengelernt, akzeptiert, lieb gehabt, war alles da. Auf einmal. Und das ist jetzt noch bis heute? Ja, mit unzähligen. Ich bin nicht so ein starker Mensch, wie mich manche gerne sehen möchten. Ich habe viele Tiefs. Ich war krank, habe gedacht, boah, wie kriege ich alles das, was ich gelernt habe, übersetzt, dass es mir auch hilft, in der Krankheit an mich zu glauben. Ich habe hier mal einen Zweifel, da mal einen Zweifel, aber ich habe dann diese Grundstärke, da durchzukommen. Und ich sage euch, wenn ihr denkt, ihr seid stark, da kommt ein Problem von einer ganz anderen Seite und auf einmal bist du wieder ziemlich am Anfang. Du musst all das nehmen, was du vorher gelernt hast, um es in der neuen Situation so einzusetzen, dass es dir wieder hilft. Das ist das, was ich so mir für den Rest des Lebens auch auf die Fahne geschrieben habe, zu lernen, weil die wirkliche Freiheit ist immer eine geistige, spirituelle, emotionale. Das ist das, was ich so mir für den Rest des Lebens.